Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Under Tord. Ich bin hier wieder zurückgelaufen und ich bin noch irgendwas gemacht gehabt zum schluss space bar sprich mit dem skelett befreien den kaufmann soweit ist alles klar bei hilfsmann muss noch was gemacht werden stufe 3 das war doch noch die sache mit sachsen mit den minen habe ich denn ich habe nur zwei kühle dort momentan unterwegs und ich probiere mal in am leben zu halten machen wir was anderes kommen wir mal mit beziehungsweise haben wir gerade bis jetzt zu dem kommandanten bringt das können wir noch machen halt ich habe etwas für dich gut gemacht wie schön wir zu hause sein hier hast du eine bildung für deine mühen ein neuer knüppel habe ich glaube wenn verwendet macht er zwar mehr schaden aber wir hatten keinen erfahrungs bonus deswegen lassen wir es mal die frage ist aber ich kann sich nur upgraden okay heißt du wirst wieder verkauft 15.000 16.000 das ist doch einigermaßen etwas ich glaube der stift dann hierfür zuständig sein könnte ich mir so quasi recht gut vorstellen okay wir gehen weiter wir gehen zurück das haben alles gemacht soweit sondern da noch mal hingehen der kaufmann nee das war nicht ganz so gut dann machen wir den weit noch mal kurz jemand zumal immer zu wissbrand darin sagen dass wir kühlt haben so kühlt greife an die hühnchen an machen sie fertig so damit kann sich nämlich hoch ein also super herrlich so kriegen wir nämlich wieder auf volle touren wo ich mal behaupten und die nächsten mit angreifen dankeschön es ist nur ich mir jetzt ein bisschen mana das sieht doch wunderbar aus 22 noch mehr wohl noch mehr töte noch mehr sei erfolgreich sei effizient ach das war schon mal gerade mal so schlecht dann holen wir uns noch ein bisschen mana zurück da müssen wir angreifen das ist nämlich etwas böse das gelingt was hier los das sind schluss stein krissei gefunden setzt damit eine gesäcke der fall um den end zu bezwingen okay damit kann man die armee hier freischalten ok moment dann muss ich aber dann ein kürziger einen moment dann muss ich doch hier ja hier mir noch ein bisschen verstärkung holen was haben wir denn hier noch alles da was da haben wir ein bisschen kavallerie aber ich würde mal sagen wir machen 1 2 3 4 5 6 7 und ein paar davon ja das dürfte ändern mit der armee können wir doch bestimmt was reißen einmal damit hauen wir den baum sowas von ende rein so wunderbar eine endlos eine klinik ist bisher schaut wo wir können sie okay immer schon weitermachen immer weitermachen das ist natürlich schön wenn der kristall endlich funktioniert heißt es wir kriegen eine armee von aber hundert und aber tausenden von skeletten hier der gegner wird sowas von keine chance haben das kann ich warum ich überhaupt okay ja wir werden sie auf jeden fall zerstören werden sie sowas von zerstören weiter geht's angreifen angreifen so viel möchte ich später auch mal haben gefühlt fünf millionen skelette so wir gehen mal kurz hier auf die seite und guck mal was wir bekommen können was ist denn das ein neuer ring mit 15 martin 50 lade eine nahkampfwaffe um beim nächsten angriff mehr schaden zu machen ja das brauchen wir nicht unbedingt das brauchen wir nicht unbedingt können wir noch ein paar weitere holen einfach nur weil wir es können ich hoffe jetzt mal entsteht dass die war auch weiterlaufen ja sie laufen auch weiter sie laufen auch weiter ja aus mit euch aus mit euch ok schauen wir mal hinter ein neuer ring hat hierhin einmal kaputt machen dankeschön und die frage ist haben die zu lange ausgehalten oder wie ok moment müssen wir gucken aber zuerst einmal kurz gucken dass hier nicht so schaden abschirmung blockt angriffe ab na na brauchen wir alles nicht aber schon mal ist schon mal dass wir hier durchgebrochen sind das ist schon mal viel wert nein ok sie waren bloß für hier bestimmt schade schade es war auch zu schön gewesen so den haben es gesehen den end hallo entchen alle meine entchen schwimmen natürlich nicht gerade sagen ihr einmal drauf der hat der hat mal sagen so kill lot hat es erfolgreich geschafft zusammen in anderen wunderbar mitnehmen als mitnehmen mit ein paar schüsselchen haben wir noch was für dich nein das spricht mit es gelten das haben wir noch auf jeden fall aber hier war glaube ich noch ein geheimnis ein geheimnis in ehren das müsste ja irgendwo in den welten dann sein genau kommen wir zu mir einer mein herr komm ich glaube hier ist nix schade sagen wir so als wäre hier was aber na gut dann halt mal nicht wenn wir vorbei rauschen dass hier irgendwas versteckt ist ähm warum nicht so sind es minderwertige nein es sind keine minderwertigen das sind etwas größere skelette so halluchens gelten jawohl das war so aufregend dieser end kommt uns nicht noch mal in die quere jetzt sind wir bereit weiter vorzudringen das finde ich doch super für die verwendung von mp gewinnen mp einhalten treffpunkte erhöhen das ist auch nicht so schlecht die katakomben einst war das heilige tempel und palestelle und toten aber dann wurden sie von der schmutzigen lebenden überrannt wir müssen die ordnung wieder herstellen und uns durch die kesegarten und hindurch zugang zur wüste verschaffen ok das ging gar nicht mal so schlecht äh sir killer lot er kann sagen sir killer lot könnten sie bitte mitkommen er hat so ein paar probleme gerade jetzt da jetzt ist er wieder bei uns mit dabei ähm warum nicht scheint haben wir ein paar verloren wollen wir noch mehr momentan nein wir müssen nach da unten ich möchte eigentlich eher zuerst einmal wirklich ja komm was ist wo ist aus ist brot ist brot auch nicht weil da oben haben wir noch etwas und das möchte ich doch haben wenn es geht oh hallöchen wo kommt ihr denn auf einmal her ich bin grad ganz leicht verwirrt oh das kann man auch gerne mitnehmen was solls dann noch ein paar stück holen das sollte ausreichend sein das sollte mehr als ausreichend sein ah das ist zu so wie es ausschaut und den hebeln müssen wir bekommen ok das kriegen wir hin oh hallöchen mach den bären kaputt amulett der wut hallöchen wut oh gott und laute kleine sachen hier die brauchen wir aber alle nicht hier willkommen keine erfahrung also brauchen sie auch nicht wenn wir nehmen feinde näher mit der meisten gesundheit zu einem huhn maximal 700 1600 1400 austauschen so rum schild für 90 9,1 und der ist schlechter hm was haben wir hier schaden 1 anstand bis 100 nein das macht mehr Sinn ja 1 anstand an sich um 100 verhüllt sieht es passt und hat luft so dankeschön das war äußerst gut das war sogar sehr gut und wir haben da doch queenie hallo queenielein ich interessiere mich für verschiedenste schädel seit meine eigene mit probleme macht irgendwann sollst du dir mal meine sammlung in der krypte ansehen wenn du nicht gerade mit der welte o. so sehr beschäftigt bist du bestimmst über das vorgehen ok jetzt bekommen wir auch noch schädel genial einheitenangriffsschaden plus 10% ja ich hoffe der ist auch gleich angelegt ja ha 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 herrlich das gefällt mir doch und jetzt ist auch das grab hier offen ich habe ich kann gerade sagen bleibt hier bleibt hier bleibt hier ähm eine ganze haben wir hier kann was mit es noch bringt aber äh zwei zack hier wir brauchen auf jeden fall mehr mana so viel mann wie nur irgendwie möglich so kill lot bitteschön machen sie alle fertig ich kann gerade sagen noch mehr heilung noch mehr heilung noch mehr heilung ein paar städte haben wir noch verloren hat das ist ja nichts das ist ja echt gar nichts soll ich noch ein bisschen mehr mana wir können uns ja auch noch ein bisschen auffallen und heute kommt noch 66 leute das müssen wir noch die müssen wir töten ähm wie wäre es dann mit ich nehme mit naja gut der eine wird das hinten ewig und ewig und drei tage noch geblockt sein aber was soll es an der stelle was soll es haben wir noch irgendwas glaube weniger oder nein hier gibt es auch nichts mehr also wie viel hier werde ich wahrscheinlich ja das war alles schon alles schon von einfach an dem untergang geweiht so oder leh wir haben hier noch echt 66 leuten ja ist klar ich habe auch noch 66 leute dankeschön dafür halt euch hoch halt euch sowas von hoch so brauchen wir noch ein paar mehr hündchen brauchen wir definitiv nicht das heißt wir haben noch 12 stück mit komm mit komm mit komm ich habe doch so eine kleine ahnung wo die letzten paar zu finden sind und zwar hier so hier einem hoch ein das ist nämlich das wichtigste dass der kille lot auf jeden fall am leben bleibt als er in der kann und werde ich nicht akzeptieren so und ich komme zurück oh dankeschön das habe ich noch gebraucht zwei stück sind noch am leben zwei sind noch am leben wo werden wir die denn finden auf jeden fall nicht so wie es ausschaut aber es gibt noch irgendwo etwas etwas geheimnis ok das war jetzt unsinnig aber es macht nichts an der stelle haben wir vielleicht noch bären oder sowas ja natürlich zwei bären so hoch ein lasst euch nicht unterbekommen oh hallöchen das macht so einiges aus beansprucht das nächste gebiet beansprucht jippie so muss das sein famring du bist schwächer dann lassen wir dich auch mal jetzt außen vor ok für den eingang zu den katakomben aber hier bei hilfsbrot gibt es noch was hier bei hilfsbrot ist noch irgendwo irgendetwas ah versteckt da ist es doch die kaltes abrisses die klingt schon mal super einheit machen mehr schaden aber ich bleibe bei erfahrung ich bleibe definitiv bei erfahrung so wenn wir euch jetzt schon mal alle noch im liebten bereich haben können wir mal kurz gucken was unsere kollege hier zu hause ja posten können wir auch noch hinlaufen was wir da noch zum vorschein bringen können so ist schon gut gemacht für die mühe vielen dank was bekommen wir dafür einen haben wir mit noch mehr erfahrung oh ja das ist wunderbar ok wir gucken mal was haben wir denn du bist hier du bist für stehe verantwortlich du bist für klingen verantwortlich meine gute frau ah hier schädel 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 meine gutste wir geben dir jetzt erstmal jede menge zeugsel machen da ein kleines upgrade der stufe 2 was haben wir denn momentan einheiten plus 10 schaden plus 7 schaden ne die ich nicht so das wahre was haben wir sonst noch alles die hier können wir auch noch upgrade ich mein wir haben so viel kohle das macht überhaupt nichts aus wenn wir hier unsere chancen quasi steigern mal höre ich ihn aber auch was haben wir noch verwenden wir gerade fragen können deine wiederbelebung nicht verhindern ja beim tod eines diners das automatisch wieder kommt dann können wir nicht verhindern das haben wir bereits mana kosten ne das ist auch so ein bisschen Ringe haben wir Vampirismus auch der ist nicht schlecht aber ich möchte noch einen besseren Vampirismus ring haben wenn es denn geht 2.500 2.500 für 400 zu verkaufen 2.500 gekauft was soll es wenn der besser ist dann nutzen wir natürlich auch aus halt nie was schwachsinn ah schwachsinn das war jetzt ein großer Fehler von mir wir verwenden bereits einen wesentlich besseren als der uns anbieten kann ach gott ja ich bin dumm ich bin so dumm ok was wir noch machen könnten wir schwächere verbannen noch mehr verband wunderbar holen wir uns nochmal zwei mal kavalry dazu und jede menge neue bogenschützen das sollte eigentlich ausreichend sein um weiter vorzudringen haben wir noch irgendwas noch ein schlüssel für den eingangs den katakomben und da ist auch noch den jagdposten soll man jetzt gleich mache ich weiß nicht wir warten noch kurz ab 233 gibt es auch noch ist doch jede menge tötet tötet meine guten tötet so gut es nur irgendwie geht weißt du was wir übernehmen einfach das gesamte gebiet jetzt was soll es wir müssen ja nur alles und jeden töten das sollte ja nicht so schwierig sein so was haben wir noch hier hinten also hier kommen wir nicht weiter ok da können wir aber zumindest das Schloss öffnen ah und deswegen konnten wir auch bisher nicht alles töten nein hier liegt auch noch also ok Massaker Nr. 1 die nächsten einmal hochmanern warum denn nicht Sir Killlord bitte geh an die Front heile dich hoch das wäre jetzt äußerst wichtige Natur so wir haben hier noch welche angreifen ich wollte gerade sagen bitte nicht sterben das wäre äußerst unschön nur sagen dass ihr Killert hier unterwegs ist soll das alles kein Problem sein so hier zurücklaufen äh hallo könnt ihr bitte aufhören die Bären zu töten die ich eigentlich töten möchte das ist echt unschön das ist mehr als unschön Hilfe so ich brauche noch mal ich brauche noch mal meine Dankeschön zack so Killert zu auch noch ein bisschen was abbekommen von dem ganzen ich meine sie machen wir auf jeden Fall Kohle das ist ja schon mal nicht das schlechteste auf der Welt wie schaut's hier aus sie haben noch Paladin abzuschlachten die Bomana oh das ist natürlich so schön da kommt jetzt da wunderbar auch wenn es bloß ein bisschen ist es wird ausreichend sein so muss noch ein bisschen weitere Verstärkung ja ich weiß es gerade einfach nur Grinding vom Feinst was ich hier betreibe aber es wird trotzdem funktionieren dann bekomme ich noch mehr hoffentlich auch ein neues Level und sowas und das wird besser ah Hattöchen das weiß kein was ich noch suchen wollte ich bin schon drei Stück herbei aber wir haben schon mal einen besseren so bisher schaut ja der ist definitiv besser so bitteschön halt euch eigenständig wieder hoch das hat echt nichts zu tun an der Stelle möchte ich mal so gesagt haben jetzt sagen lasst ihn doch geht doch mal da durch irgendwie er möchte nicht an ja jetzt da wunderbar jetzt kriegt er auch ein bisschen Erfahrung ab und ein bisschen ist besser als gar nichts wir haben Statue freigeschalten da waren jetzt genug da so jetzt haben wir noch 30 halt hier kommt mal mit haben wir noch irgendwas nein das war es auch wir haben noch 30 da geht es zum nächsten hin ich weiß der Pfeiler sagt wir müssen nach da oben hin aber wir haben noch ein weiteres Dorf vor uns ein klitzekleines Dorf das unsere Aufmerksamkeit benötigt ich hätte gedacht da wären vielleicht nur Hühnchen unterwegs aber natürlich nicht so hier angreifen einem hoch ein und wunderbar ja wo sind hier die Probleme ich sehe keine Probleme wir so noch einmal wir haben ein Bären hier oh mein Gott haben wir ein Bären wir haben unseren ersten Bären hier wunderbar das ist geil das wäre es geil so du kommst mit also wir können auch hier den kaputt machen zur Kildert und sein Bär das wenn das nicht so gut ist dann weiß ich auch nicht noch ein paar Stück wo sind die oh da sind sie da sind sie definitiv zur Kildert hoch hat schon fast wieder volles Mana herrliche Natur Besitzerkunde erfolgreich bekommen das heißt wir können nochmal zurückgehen und nochmal ein bisschen was an Erfahrung bekommen oh ja wenn wir das Rest ein bisschen Erfahrung auch noch haben Dankeschön dass wir jetzt kleiden können können wir nämlich auch die Schicht im Schacht machen das Land der Toten ein wunderschönes Land ich glaube wir gehen einfach so zum Jagdposten weil wenn wir hier weiter runter gehen wird es glaube ich es wird ja immer schwer auf jeden Fall das auf jeden Fall so bitteschön aber ich möchte natürlich nicht in ein Gebiet reingeben wo sie schon zu stark sind wie schön wir jetzt zu Hause sein hier hast du deine Belohnung für deine Mühen ein Chat mit kritischem Schaden das ist liebend wert das ist auch toll aber ich brauche das nicht einmal kurz hoch ein so ein kleines Bildchen und dann können wir sagen hier rüber hin uns ab zum Jagdposten der Jagdposten sollte ja das ist die große Frage wo ist der Jagdposten ah war der Mist nachdem wir da hin müssen zu den Katakomben heißt es bestimmt dass der Jagdposten dam 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 hier sein muss wenn das nicht der Jagdposten ist dann weiß ich auch nicht die ich der Jagdposten halte ich aber auch so au ich wollte jetzt eigentlich nicht dran glauben müssen aber okay wir holen uns jetzt noch ein paar weiteren zu und es wäre schön wenn man natürlich ist noch ein bisschen mana generieren könnten aber na gut es geht nicht immer als es geht nicht immer alles aber wir können auf jeden fall euch hier nieder machen und zwar richtig gut will ich mal behaupten ja jetzt mal einfach ein haben verloren ist ja nix ist ja rein überhaupt gar nichts sondern jetzt holen wir uns noch ein bisschen mal zu das praktische wenn wir hoheit jedes jahr angreifen der sie angreifen dankeschön so ein türmchen ist da noch und fünf wachen dann will ich erstmal gucken wo hirnchen bringt die abstimmung habe ich gar nicht gesehen davor was zum ablocken nein mann wir es uns besser beim brismus ist definitiv besser und da geht es zum oberen hin so ein kleines mini gebietchen hat ja auch was für sich für die bären ich verstehe ich verstehe akubu wir haben einen großen wir haben die wie die einen großen jahre dange aber aber auch mit der panzerung mein gott hat er viel mein gott hat er viel also wir können noch das heißt mitnehmen und wir können ihn wieder begeben ob das ich nicht machen aber das hier jetzt haben wir den richtigen bären das finde ich doch schon richtig schön haben wir noch was natürlich hier geheimnisse entdeckt wunderbar 9 von 4 48 das ganze james freundes entdeckt haben wir aber der turm ist doch da der turm ist hier noch da aber zuerst einmal voll zum mental wie wir gerade haben meine kosten und er ist besser wie schön mit nehmen wir kommen keine erfahrung also weg damit der schädel kommando beschränkung plus acht mehr leute haben und wir angriff machen moment habe ich für mehr angriff das finde ich gerade besser der bringt bei ihnen gar nichts mehr erfahrung gewinnung noch mehr erfahrung natürlich durch die entschlossenheit da weg damit ein buch der erfahrung ist wesentlich besser das heißt 12 prozent mehr erfahrung so nicht anders muss er sein so heim können wir euch gerade nicht aber wir könnten zumindest mal gucken dass sie sagen angreifen ich hoffe mal sie bekommen was dazu beim angreifen ja bekommen sie sogar über 1 herrschen das heißt jetzt haben wir den ellenwald so gut wie sowie noch nicht komplett aber so gut wie